Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Rocket League am Wettkampf Samstag. Ja, ganz liebe Grüße an euch alle. Ich zähle jetzt mal nicht alle auf, aber ich habe irgendwie das Gefühl, immer vergesse ich irgendjemanden. Also fühlt euch gegrüßt alle zusammen. Wir sind mittlerweile wieder Gold 2 in Liga 3. Wir probieren es heute. Ihr habt es gesehen, mit einem Samurai fahren wir heute. Mein Name ist Rob, das ist Absturz Talk Let's Play. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Für alle, die neu sind, lasst doch ein Däumchen da oder ein Abo, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr noch kein Abo habt, ja, dann würde ich mich freuen, euch natürlich willkommen zu heißen. Schreibt doch in die Kommentare, wenn du neu bist. Liebe Grüße schon mal an dich und an alle anderen, an alle Absturz Zocker hier, an alle Zocker da draußen. So, auf geht's mit Genkai und Lupek. Genkai müsste fahren. Genkai fährt. Lupek fährt auch. Okay. So, ich werde mal ab. Genkai ist hintergefahren. Das ist schon mal sehr gut. So, ist noch kein Booster. Gut. So. Ich lasse ihn mal abfahren. So, wir fahren euch mal ein bisschen. Komm, Lupek, mach was. Sehr schön, macht er das. So, Genkai wird das von hinten gleich kommen. Mach doch schön, Lupek hier. Aha, okay. So, Genkai steht am Start. Sehr gut. Schöner Schuss hier. Oh, oh, da geht er fast selber rein hier. So. Ja, soll er eigentlich schießen da drüben? Aber gedacht, es steht einer hinten. So, Genkai fährt wieder dahinter. Okay. Oh, nein. Was macht ein Lupek da? Alter Schwede. Lust aufs eigene Tor. Ich hier voll konzentriert. Ich versuche ja echt, heute mal offensiv zu fahren hier. Ah, den hat er gehalten. Aber der kommt noch mal aufs Tor. Genkai steht am Start. Ah, ich verfehle den. Ich verfehle den. Das Samurai ist viel flacher als ich dachte hier. Ah, Mist. So, und da kommt der Schuss und keiner hinten. Doch, Genkai holt sich das Ding. Sauber. Ich wollte abschirmen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich hatte keinen Boost mehr. Wieso hatte ich keinen Boost mehr? Aber schöne Story auf jeden Fall. War das knäpplich. War das knäpplich. Okay, Vollgas. Vollgas. Oh, Mist. Ich bin ein bisschen unterschätzt hier. Oh, nein. Unser Mitspieler auch. So, ich habe keinen Boost. Wie immer. Oh, Mann. Wollte ich noch mal ein bisschen weglocken hier. Oh, nein. Alter, Lupec. Oh. Komm ich nicht ran? Aber Lupec hatten diesmal. Hat er gut gemacht? Hat er gut gemacht? So, dran denken. Wir sind im Wettkampfmodus, ne? Wir sind im Wettkampfmodus hier. Oh, Mann. Das war gut. Das war gut gemacht. Das war gut gemacht. Das war richtig gut gemacht. Okay, Respekt. Ich ziehe meinen Hut. Aber aufgegeben wird trotzdem nicht. Wir haben ja noch zweieinhalb Minuten. Seid ihr? Zack. Da ist er auch schön voll reingesprungen hier. Schon mit dem Boost hier drüben. Okay. Ah, sind die zu zweit dran, ne? Ich wollte den eigentlich unten durch. Mist, müssen wir es. Die zwei stehen hier hinten, schön auf der Linie. Komm, Feuer frei. Nein, nicht du. Wow. Ja, der geht oben drüber. So, mit dem Auto muss ich noch ein bisschen fahren lernen hier mit dem Samurai. Ah, hat er gut geholt. Stariker Gegner. Stariker Gegner. Echt Lupeck hier nochmal. Von der Band da oben. Jetzt Nachschuss. Schönes Tor, Genkai. Sehr geil. Noch nichts verloren hier. Gerade mal eine Minute her, wo sie hier noch aufgeben wollten, meine Mitspieler. Und dann kommt hier der Anschlusstreffer. Bei Abschluss, sagt, let's play. Bei Rocket League. Im Wettkampfmodus. So, wir sind wieder am Anstoß. Heute haben wir, glaube ich, durchgängig Anstoß hier. Auf geht's. Feuer frei und Spaß dabei hier. So. Weiter geht's. Lupeck. Mach was. Ich hol mir da drüben den Boost. Zack. Oh. Ah, komm ich nur so ran hier. Nein. Genkai, holt sich das Ding. Habe ich. So, Genkai, Lupeck. Ihr seid beide defensiv hier. Daher komme ich nicht ran. Wollte ich aber. Holt ich mir drüben den Boost? Holt ich mir nicht. Ich hol ihn mir. Könner Schuss. Guter Schuss. Guter Schuss. Ja. 2 zu 2. Halt mal. Lupeck mit dem Distanzschuss. Keiner hinten. Komm, Gegner. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kriegt man so ein Ding. Na dann, weiter geht's hier. Lupeck, Genkai. Auf geht's. Feuer frei. Ich bin hinten. Lasst krachen, Jungs. Schön eingesprungen da von Lupeck auf jeden Fall. So schön schrauben. Lupeck ist auch wieder hintergefahren hier. Ah, kam ich nicht ran. Kam ich nicht ran. Jetzt dürfen wir nicht leichtsinnig werden hier. Ja, ganz genau deswegen. Sehr schön. Dankeschön. Boah, da komme ich nicht ran. Aber Genkai hat ihn. Ah. Oh, der hat geraucht. Der hat geknallt da hinten. Wen hat sie erwischt? So, weiter. Ja, Genkai. Sorry. Nein. Genkai. Genkai oder Lupeck. Wer war's? Ich hätte ihn doch gehabt. Ich hätte ihn doch gehabt. Oh, der kommt und mehr reingesprungen. Er will auch retten. Genkai. Schade, Mann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hätte ihn doch gehabt. Ich hätte ihn doch gehabt. Oh nein. Er fährt nicht los. Genkai, was ist los? Warum gibst du auf? Warum gibst du auf, Genkai? Genkai. Jetzt Genkai, komm, mach was. Sehr schön. Nein. Noch neun Sekunden. Sehr schön. Gleich kommt noch mal eins in der letzten Sekunde. Aber für uns bitte. Ah. Ah. Schade. Schade, 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 schade. Ganz knapp verloren. Nochmal schön aufholjagd auf jeden Fall. Und dann so ein Ding. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn doch gehabt, Genkai. Wir werden noch einmal spielen. Wir bekommen ja beim Wettkampfmodus immer andere Mitspieler, andere Gegner. Also Zufall trotzdem, ne? Und Feuer frei. Zweite Runde wäre es noch dabei. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist dein Gamertag? Einfach mal reinknallen in die Kommentare. Wir freuen uns auf alle, die neu bei uns sind. So, Streetstyle. Und see you next time sind jetzt bei uns. See you und Streetstyle. Auf geht's. See you next time. Fährt los. Und Streetstyle kommt von der Seite. ADZ und Red Adam. Oh, nee. Streetstyle. Sehr schön geholt da oben. So, jetzt muss ich mich dadurch konzentrieren. Jetzt bin ich blau. So, ich werde jetzt hier trotzdem ein bisschen obfassiv mitfahren. Und schimpft doch Maddi. Nein, Maddi schimpft nie. Maddi gibt nur Tipps. So, genauso wie ihr alle anderen. Ich freue mich über jeden Tipp von euch, ne? Ganz liebe Grüße jetzt auch mal an Maddi und an Blub. Natürlich auch an den Niklas, an den Palutenpen, an Kami, an Sané, an Julian, an Chris, Chris, Christian. Oh, schön vorbeigelegt da auf jeden Fall. Streetstyle ist safe, das Ding. Und dann Schaudern mir von der Motorhabe weg. Da kommt der Ball aber schon wieder. Geht schon wieder in meine Richtung hier. So, Streetstyle kriegt das Ding. Jawohl. Oh, sehr schön gemacht. Nein. Oh, den hat er. Nein, was machst du? Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Parade, ey. Von Streetstyle. Der Typ ist wahnsinnig. Der Typ ist wahnsinnig. Streetstyle. Ganz liebe Grüße, falls du das Video mal siehst. Oh, das war aber knapp hier. Ich habe Entdeckung gehen hier. Sonst hätte ich hier noch unsere eigenen Torschuss vorhin. Oh Gott. See you next time, Ethan. Ah, guter Schuss. Oh, nein. Ich habe gedacht, der kriegt ihn hier. Sehr gut geholt. Ich komme ja gar nicht zum Spiel, ne? Die machen das hier super, ey. Die beiden. See you next time und Streetstyle. Gegner leicht überfordert, aber ein bisschen auch ein bisschen sehr offensiv. Ich muss dazu auch sagen. Oh, guter Schuss von Streetstyle. Sehr schön. Der ist ja sehr schön, ey. War das schön über die Bande gepresst hier. Haut er sich voll rein. Oh, wer bricht das ab? Ich wollte das sehen. Feuer frei, hier. Ich fahre hier rüber. Wollen wir den Boost? Oh, nein. Sorry, schreibt er aber. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Nehmen wir mal hier. Kein Problem. Kein Problem. Ich glaube nicht, dass er das mit Absicht wollte. Ich glaube nicht, dass das Absicht war hier. So. Wow. Wow. Nein, schieb mich noch nicht raus. Streetstyle. Was ist da los? Okay. See you next time. Ganz oben. Einen schönen Schuss dort. Und Streetstyle kommt in der Hand flogen. Oh, nein. Habe ich wenigstens auch mal so einen Schuss aufs Tor abgelassen hier. Wow. Kommt da hin? Ja. Ja, schade. Ich wollte schon blocken. Ich muss mit dem Samurai, ich muss wieder meinen Fennec nehmen. Oder einen Golf. Der Golf war auch gut. Ja, Golf war eins der besten Autos, finde ich. Was jetzt hier im Pass war. Bei einem sehr schönen, auch vom Handling her und alles. Hitbox wieder Fennec. Wahrscheinlich ist es nicht. Streetstyle hier. Ich bin schön. Oh. Wahnsinn. Das war vom Gegner. Das war vom Gegner. Hier. Streetstyle. Dribb ich jetzt ein bisschen an der Wande lang. Der war vom Gegner. Der war reingepasst. Reingepresst. Okay, auf geht's. Zwei Minuten noch. 2,1 hier im Wettkampf. Bats. So, wir haben es noch zum Boost-Tournier. Gut, der Schuss. Saja, da wollte ich das nicht mit Absicht. Ich sag ja, da wollte ich das nicht mit Absicht. Streetstyle hier. Wunderbar. Wunderbar. Und Vollgas. Komm, den machen wir doch. Gleich das nächste hier. Oh. Okay. So, komm, Feuer frei hier. Sehr schön. Da geht wieder in die andere Richtung hier. Die Gegner habe ich vergessen. Edward Killer. Bad Adam. Oder Edmar Killer. Edmax. ADZ. Wow. Okay. Gut. Landen. Da kommt er bald wieder. Ah, schade. Skizai. Und es ist hier im nächsten Mal. Holst du das Ding? So, jetzt aber. Oh, hätt's gelassen, mein Freund. Ah, das weiß man vorher nicht. So, ich fahre mal ganz schnell richtig im Tor hier. Zack. Ich kämpfe halt so ein bisschen in der Mitte. Ja, wie so ein bisschen eine Art Libero hier. Oh, nein. Da kommt gleich zwei. Den ersten könnte ich schon mal blocken. So. Landung. Sidebarzrolle, jawoll. Mist. Speedstyle. Schade. Da, da. Alter, hat er das versucht hier. Pass mal auf, wie der da hinterher fliegt nochmal. Mit seinem Raketenboost. Guck mal, da kommt er nochmal geflogen hier. Aber jetzt schafft es leider nicht mehr, ey. 3 zu 2, noch 12 Sekunden. Alter, jetzt wird es nochmal knapp. Jetzt wird das nochmal knapp hier. Was ist hier los? Was ist hier los, ey? Sag ich zu meinem Hund, ey. Balli, was ist da los? Was ist da los? Was ist hier los? Was ist hier los? Und eins. Und. Was ist hier los? Dave, das Ding hat Spaß gemacht. Das Trittzeitsmatch schon verlassen. Schade, guter Spieler. Versonko, ja, du mich auch. Ja, 28 Punkte, aber gerade mal geholt in dem Match. Da waren wir eigentlich wieder nur dabei, ne? Wir haben mitgemacht. Wir haben halt mitgemacht. Aber was war da los, ey? Sehr geil. Was morgen los ist, seht ihr morgen bei Rocket League. Dann spielen wir wieder den nochmal in zwanglos Modus und mit einem anderen Fahrzeug. Also schaut vorbei. Drangeblieben. Räger und liebe Grüße. Euer Rob. Ciao, macht's gut. Räger und liebe Grüße.